Hallo und herzlich willkommen zum neuen Videotutorial Absatzformate. Wenn man Word 2010 öffnet, dann sind die Absatzformate so eingestellt, dass der untere Abstand auf 10 Punkte gesetzt ist. Der Zeilenabstand ist auch höher und so ergibt sich dann praktisch bei einer Zeilenschaltung ein größerer Abstand. Das ist von Vorteil, wenn man hier Absätze bilden möchte, wenn man hier aber Aufzählungen machen möchte oder eine Adresse in einem Brief schreiben möchte, dann ist das natürlich ungünstig. Um das umzustellen, markieren wir erstmal alles und dann stellen wir diese Zeilenabstandsoptionen um. Wir stellen sie wieder auf Nullpunkte und auf Einfach und das Ganze legen wir auch als Standard fest, sodass, wenn ich ein neues Dokument öffne, dass dann diese Zeilenabstandsoptionen auch schon geändert sind. Gut, jetzt muss ich nochmal einstellen. So, und hier sieht man, dass jetzt die Zeilen viel näher beieinander sind. Wenn ich jetzt Absätze darstellen möchte, dann muss ich eben zweimal schalten. Und jetzt kann ich den Text weiter formatieren. Ja, die Absatzformate, standardgemäß ist, wird auf linksbündig gestellt. Die Formatierung funktioniert so, dass der Cursor sich nur im Absatz befinden muss. Man muss also nicht den Absatz zuerst markieren. Einfach den Cursor positionieren und dann kann ich entsprechend die Formatierung setzen. Hier zum Beispiel zentriert, rechtsbündig. Blocksatz wird man hier jetzt nicht sehen, weil es hier nur zwei Zeilen sind. Ich zeige das mal unten. Wir haben jetzt hier einen Text, der ist linksbündig formatiert. Wenn ich jetzt hier reinklicke und klicke auf Blocksatz, dann passiert Folgendes. An der linken Seite und rechten Seite von diesem Textrand, der ist praktisch gleich groß in der Ausdehnung. Allerdings in der Mitte des Textes werden hier natürlich Löcher gebildet, sodass ich das natürlich ausgleichen kann. Man kann das noch ein bisschen verschönern. Wenn man hier die Silbentrennung einschaltet, dann gleicht sich das noch mal ein bisschen aus. Gut, wir haben hier Aufzählungen. Hier ist es so, hier kann man natürlich nicht nur den Cursor positionieren, sondern hier muss man natürlich den Bereich, den man hier aufgezählt haben möchte, markieren. Hier hat man jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal mit Aufzählungspunkten, der Pfeil nach unten, der zeigt immer an, dass ich hier mehrere Möglichkeiten der Formatierungen habe. Wenn wir hier mal reinklicken, dann sieht man hier, ich kann hier also auch Kreise einstellen. Ich kann hier Pfeile verwenden oder hier rechts kann ich eine Nummerierung verwenden. Hier haben wir auch noch mal die Möglichkeit, die Nummerierung entsprechend zu formatieren. Es gibt sogar eine römische Nummerierung. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann hier zum Beispiel diesen Absatz verkleinern, und zwar indem ich den Einzug vergrößere. Einzug ist praktisch dieser Bereich vom Rand des Blattes zum Text. Und wenn ich diesen Einzug vergrößere, also dieser weiße Streifen wird größer, dann rückt sich natürlich der Text ein. Ich mache das hier mal, ich klicke auf die Schaltfläche, das Ganze schiebt sich nach rechts rüber, 1,25 cm. Der Einzug ist jetzt vergrößert worden. Ich kann das natürlich noch weiter machen, und ich kann das natürlich mit der anderen Schaltfläche wieder rückgängig machen. So habe ich weitere Möglichkeiten, einen Absatz entsprechend hervorzuheben. Was gibt es noch? Ich kann auch die Farbe eines Absatzes entsprechend ändern. Ich klicke hier auf den Farbeimer, der Cursor muss sich nur im Absatz befinden, und dann wähle ich entsprechende Farbe aus, und es wirkt sich sofort auf diesen Absatz aus. Aufpassen, Absatz heißt immer Absatzmarke bis zur Absatzmarke. Wenn ich also hier drinnen bin und stelle eine andere Farbe ein, dann wirkt sich das hier nur von hier bis dort aus.